Willkommen zu diesem Video, das ist erstmal wie ein Infovideo und wir sammeln hier erstmal die 30 Runden, genau das nehme ich, also heute am 31. nehme ich es auf und es kommt auch heute nochmal online, es ist aber nur ganz ganz kurz, nämlich das kurze Infovideo und zwar das Video von, das gucken wir uns später auf den anderen Account richtig an, beziehungsweise morgen, das Video von gestern und zwar hier wir sammeln die VIP-Belungen ein, das ist, das habe ich fehlerhaft hochgeladen, das sollte eigentlich erst heute kommen, das habe ich aber leider gestern schon frei, öffentlich gestellt, was ein bisschen Mist ist, weil somit hatte ich für heute kein Video, jetzt kein festes, deswegen schaut euch das gerne an, falls ihr es noch nie gesehen habt, ich kann es hier nochmal verlinken und soll halt wirklich erstmal nur eine Information sein, weil ich jetzt wirklich auch keine Zeit habe, mir noch mal eins aufzunehmen, deswegen schaut euch das gerne noch an, war aber mein Fehler, ich habe einfach gestern aus Versehen zwei hochgeladen und ich konnte das jetzt nicht nochmal sperren und wieder neu hochladen, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, wie ich es mir dachte, aber naja gut, das, ja, war halt leider so, deswegen schaut euch das gerne an, falls ihr es noch nie gesehen habt und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder in den normalen Standardvideos, die kommen dann wieder, also morgen geht es mit der 839 wieder standardmäßig weiter, ich bin auch wieder aktiv da, weil das waren jetzt bis dahin erstmal vorproduzierte Folgen, die letzten 5, 6 Stück so, deswegen, ja, aber bis dahin viel Spaß und ja, ciao, ciao, Leute!